In diesem Video geht es um die Revit Sturzbemessung. Wir bleiben bei unserem Modell, schalten auf das Berechnungsmodell und holen uns noch einmal die Wand, die wir im letzten Video schon uns angeschaut haben, hervor. Und zwar führen Öffnungen in Wänden oftmals zu diesen kurzen Wänden, die man gerne als Stütze messen möchte. Das haben wir uns im letzten Video angesehen. Darüber hinaus verbleibt oberhalb der Öffnung der Sturz. Also ein Wandbereich, den wir gerne als Balken bemessen wollen. Auch dafür bietet SOFiSTiK eine Lösung. Ich bleibe zunächst bei dieser Tür, um Ihnen die Lösung für ein Problem zu zeigen, in das auch Sie laufen können. Die Vorgehensweise ist zunächst die gleiche wie bei kurzen Wänden. Ich nutze also die Funktion Bemessungselemente und hier aber diesmal Wandstreifen Linienauswahl. Jetzt ändert sich die Darstellung wieder so, dass wir nur das analytische Modell sehen und wir können eine Linie auswählen, nämlich diese. Jetzt laufen wir in einen Fehler und der Hinweis heißt, die Linie ist zu kurz. Schauen wir noch mal hier auf dieses Bemessungselement der Stütze, der kurzen Wand. Das Bemessungselement hat immer eine Dreiteilung, nämlich grün für Anfang, dann dieses rosa für den mittleren Bereich und rot für das Ende. Dieses Bemessungselement gibt es ja schon. Ich breche die Funktion noch mal ab. Hier oben, das heißt, es gibt die Familie schon. Wenn wir in den Typ der Familie reinschauen, dann sehen wir hier eingestellt sind 40 cm. Das heißt, grün und rot Anfang und Ende sind 40 cm lang. Meine Öffnung über der Türe ist 80 cm und deswegen kommt der Hinweis. Wenn wir 40 cm für den Anfang und 40 cm für das Ende nutzen, verbleibt keine Länge für das eigentliche Element. Also ändern wir die Familie hier ab, beispielsweise auf 10 cm, die Segmentlänge und gehen jetzt noch einmal den gleichen Weg über Bemessungselemente, Wandstreifen und wählen dieses Element aus. Dann kommt auch keine Federmeldung mehr. Das wollte ich Ihnen mitgegeben haben. Ich mache jetzt aber an dieser Stelle diesen Sturz hier nicht weiter, weil 80 cm, das ist so trivial, das wird man sicherlich nicht tatsächlich berechnen wollen. Ich lösche also dieses Bemessungselement hier wieder raus und gehe auf einen Bereich, der deutlich interessanter sein dürfte. Hier oben habe ich eine deutlich größere Öffnung. Holen wir uns diese Wand mal näher ran. Das ist also ein verbleibender Sturz dort oben über der Öffnung mit einer Höhe von 55 cm und die Wand ist 20 cm. Also wir gehen über Bemessungselemente, wählen die Funktion Wandstreifen-Linienauswahl. Jetzt klicke ich diese Linie an und bekomme mein Bemessungselement. Hier kann ich auch das in der Höhe noch etwas anpassen und ich gehe mit Escape aus der Funktion raus. Schauen wir uns das Bemessungselement an. Wir sehen also hier unsere Höhe 55 cm. die Breite auf 5 cm. Wir schauen mal von oben darauf und da sehen wir also hier, dass das Bemessungselement tatsächlich nur 5 cm ist. Im vorherigen Video hatte ich die Breite angepasst auf die tatsächliche Wanddicke oder Wandstärke. Das ist gar nicht so sinnvoll, sondern man sollte tatsächlich den Wert gering halten, weil man sonst aus Versehen noch andere analytische Linien mit erfassen könnte, die man gar nicht haben möchte. Also besser, man lässt es hier auch auf dem kleinen Wert eingestellt. Hier unten sehen wir den Namen. Ich gebe jetzt mal den Namen mit Endung 2 ein. Wir sehen, was soll es sein. Diesmal soll es ein Balken sein. Das ist korrekt. Dann soll auch wieder ein Querschnitt erzeugt werden und wir haben die Bemessungsschnitte. Das öffne ich mal. Hier können wir auch wieder in diesem Beispiel sicherlich die Anzahl reduzieren. Je nachdem, was man benötigt. Ich reduziere sie mal. Dann sieht man eben, dass das ein Teilungsverhältnis ist. Hier, man könnte anstelle vom Teilungsverhältnis auch tatsächlich mit Metern oder Zentimetern sich fortbewegen von Anfang und Ende. Ich lasse das eingestellt auf Teilungsverhältnis. Hier rechts sehen wir den x-Wert, den tatsächlichen x-Wert und dann haben wir hier die Möglichkeit für YY und ZZ festzulegen, ob es sich um Standardschnitt, Schubschnitt, eingespannt, gelenkig oder indirekt handelt. Zunächst mal Typ YY, Typ XX. Was bedeutet das? YY, das ist das Moment um die Y-Achse. Wenn ich das hier mal bestätige und nochmal hier hinschaue, sehen wir bei unserem Bemessungselement diese Linie. Das ist die Z-Achse. Das heißt, wenn die Z-Achse nach unten geht und die x-Achse in Richtung des Elements, also Längsachse, dann schaut uns die Y-Achse an. Damit ist also YY das Moment, das Hauptmoment hier um die Y-Achse, während Z das Moment um die schwache Achse wäre. Sollte in Ihrem Fall die Z-Achse hier nicht nach unten zeigen, sondern nach oben, das kann durchaus passieren, haben wir die Möglichkeit, hier über Flip Coordinate System eine Hälkchen zu setzen und dann springt die Z-Achse in die andere Richtung. Zurück hier hinein. Das ist also unsere Hauptrichtung YY. Und nun muss man sich im Klaren sein, wenn man hier beispielsweise sagt, okay, am Anfang habe ich eine Einspannung oder am Anfang habe ich gelenkig oder indirekt gelagert, dann hat das überhaupt keinen tatsächlichen Einfluss auf die Schnittgrößen. Die Schnittgrößen sind ja schon vorhanden aus der FEM-Berechnung. Hier geht es also ausschließlich um die Bemessung, sprich um die Ausrundung und Abminderung über der Stütze. Wenn wir also Gelenke hier einstellen, hätten wir eine parabelförmige Ausrundung. Oder entsprechend bei eingespannt oder indirekt hätten wir horizontal oder eventuell eine schräge Abminderung oder Ausrundung. Nur darum geht es hier. Ich lasse das so eingestellt und bestätige. Schauen wir jetzt in die Querschnitte. Da taucht jetzt dieser Wallstrip als Balken auf mit 20 auf 55. Ein bisschen aufziehen und dann kann ich mir den Querschnitt anschauen. Wir können hier Torsionen entsprechend berücksichtigen lassen und so weiter. Hier können wir einstellen, ob der Querschnitt asymmetrisch, also für hauptsächlich MY, bemessen werden soll oder MZ. MY ist sicherlich sinnvoll. Wir können eine Mindestschubbewährung einstellen pro Fläche oder hier auch pro Länge. Da könnte man zum Beispiel einen Wert reinschreiben. Ich denke, 5,03 müsste sein. Durchmesser 8, alle 20 zweischnittig. Dann geht es hier um die untere Bewehrung. Da sehen wir schon Durchmesser 20, zwei Stück. Kann man natürlich ändern, wenn man möchte. Wenn ich auf 2 Durchmesser 14 gehe, sehen wir hier 3,08. Dann oben, da sind jetzt beispielsweise 2 Durchmesser 10 angeordnet. Das ist 1,58 und hier seitlich haben wir auch nochmal 2 Durchmesser 10 angeordnet. Auch das bestätige ich und gehe jetzt wieder in die Gesamtansicht des analytischen Systems und lasse das System rechnen. Okay, ich gehe jetzt wieder in den SSD und bin da, wo wir vorher schon waren. Ich lasse mal bis Überlagerungen rechnen. Wir sehen hier unser Bemessungselement noch von dem vorherigen Video. Das ist das Bemessungselement für die Stütze gewesen. Kann ich nochmal anklicken. Jetzt haben wir hier sogar 3 drin. Das eine ist also von der Wand. Das zweite ist wohl das, was ich eben gelöscht hatte. Ist aber trotzdem hier offensichtlich vorhanden, was ich über der schmalen Tür angelegt hatte. Und Wallstrip 2, der kennt man am Namen, ist halt das, was wir jetzt neu betrachten. Jetzt haben wir hier nur eine Möglichkeit einzustellen, wie die Bemessung durchgeführt werden soll. Und weil wir es in dem Fall einmal mit Stütze, einmal mit Balken zu tun haben, ist es sicherlich sinnvoll, zwei Tasks anzulegen. Also das ist jetzt der Task für die Stütze. Und jetzt lege ich noch ein Task an. Bemessungselement hier für meinen Balken. Und das soll dann nur Wallstrip 2 sein. Und hier, weil es ein Balken ist, kann ich auch, wenn ich möchte, eine Abstufung der Bewährung gestaffelt einstellen. Grafik der Ausgabe nehme ich wieder raus und lasse rechnen. Und kann mir die Ergebnisse wieder anschauen. Wir haben jetzt also diesen Sturz über der Wand als Balken bemessen. Ich gehe in die Längsbewährung und hier sehen wir wieder genau unsere eingestellte Bewährung, die offensichtlich auch teilweise nicht überschritten wurde. Also die untere Bewährung 3,08. Das ist unverändert. Die oberen Bewährung 1,58. Das waren zwei Durchmesser. Die Szenen ist auch unverändert. Hier haben wir offensichtlich Torsionsbewährung. Tatsächlich erforderlich. 2,06 cm². Das ist dieser mittlere Rang. Also auf der Mitte des Querschnitts die angeordnete Bewährung. Ja, und dann sehen wir hier auch Torsions- und Schubbewährung. Das scheint zu passen. Gut, also das ist die Vorgehensweise, wenn wir einen Wandbereich über einer Öffnung als Balken bemessen wollen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video.